Füllung Gegen Frosch Schreibblock Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Erleichtert Zwiebel Füllung Gegen Ich habe es eilig, weil ich zum Hotel fahren muss. Billig Eilig Wo hat der Arbeiter deinen Geldbeutel gefunden? Ich habe es eilig, da jemand den Geldbeutel gefunden hat. Eilig Was für ein Abenteuer Was für ein Abenteuer Das war ein Abenteuer und eine Überraschung. Der Geldbeutel war unter einem Schreibblock Das war ein Abenteuer Das Ein Abenteuer Du siehst wirklich erleichtert aus Fühlst du dich jetzt erleichtert? Warum War Der Schreibblock Hinter Dem Fernseher Ich bin echt erleichtert und ich habe es eilig Ich bin echt erleichtert und ich habe es eilig Erleichtert und ich habe es eilig Ein Arbeiter aus dem Hotel hat meinen Geldbeutel gefunden. Aus Das Abenteuer War Wirklich Stressig Eine Arbeiterin Aus Dem Hotel Hat Den Geldbeutel Gefunden Das Ich bin echt Vielen Dank.